Das ist natürlich schon ein bisschen... Was?! Ey, lass mal auf ne Jam gehen, Alter. Auf ne Jam, ich weiß nicht mehr. Viele, viele haben es vielleicht noch nicht ganz erkannt. Nein! Aber ich bin The Game, Alter. Ich habe auch ein bisschen Beef mit 50, ey. Moin, Leute! Nach langer, langer Zeit gibt es endlich mal wieder ein wenig Jump League. Und mit wem könnten wir das besser zocken als mit Smurf? Ja, hey, ho, Minecraft, Freunde! Ja, ein bisschen geklaut von Gomme gerade. Hey, ho, Minecraft, Freunde? Wie? Warum? Ich werde sowas von Gomme erzählen, Alter. Nein, machst du nicht? Hä? Hm? Hä? Ich bin einfach runterge... Kann ich denn am Anfang runterfallen? Aber egal, ich glaube, du wirst noch mal hochgeportet, oder? Nicht? Ja, da gehe ich ja mal ganz stark von aus, weil das ist natürlich ein ziemlich unfairer Nachteil. Bist du oben? Ah, ja, jetzt bin ich oben. Jetzt habe ich natürlich wichtige Sekunden verloren und bin völlig verwirrt, jetzt konnte ich mir die Strecke noch nicht genau angucken. Ich brauche ein paar Ausreden. Ich bin voll geschunden. Voll geschunden hier jetzt von der ganzen Map. Okay, ich habe schon mal ein richtig geiles Goldschwert. Oh, no. Oh Gott. Oh nein! Ach, ich verkesel es gerade. Oh, no. Schon wieder. Hier längs. Dieses Wollen-Zeug. Nein! Echt. Okay, okay, okay. Zack. Oh, jetzt, jetzt. Einmal um die... Ich hasse Leitern. Ich hasse Leitern. Leitern sind einfach die Schlimmste. Du bist schon bei den Leitern? Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so, was eure schlimmste Disziplin ist bei Jump League oder auch den anderen. Oh, hier ist ja der. Hallo. Ich understande. Ich habe einen Bogen. Ich understande. Was? Hier? Nein! Wie konnte ich den Sprung denn nicht schaffen? Jetzt, ah, jetzt muss ich wieder hier längs. Zack. Das schon mal weg. Das schon mal rein. G-G-G-Unit. G-Unit. 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 Ich wäre auch sehr, sehr gerne in der G-Unit. Bist du nicht? Ich wäre ein super Rapper gewesen. Bist du nicht? Yes! Den Sprung geschafft. Doch, ich bin The Game. Ich kann dir noch einen Platz machen. Du bist The Game. Doch, ich bin sowas von The Game, alter. Jetzt raus. Viele haben es vielleicht noch nicht ganz erkannt. NEEIN! Aber ich bin The Game, alter. Ich hab auch ein bisschen Beef mit 50, ey. Hast du sich auf dem hinteren, auf Alley eine fette Schlägerei geliefert? Ja, das waren verrückte Zeiten damals in der Bronx. Ne, ne. Das sind ja alles LA-Rapper, oder nicht? 50 Cent und so? Oder sind das alles nur Yorker gewesen? Ich glaube, das sind, ey, ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht so gut aus, ich bin kein Rap-Mensch. Ach komm, du hörst doch, ja, natürlich, Alter, immer wenn ich bei dir bin, sagst du, ey, lass mal auf ne Jam gehen, Alter. Auf ne Jam? Ey, ich krieg diese Leiterdinger wieder nicht hin. Ich, 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 ich raste hier gerade völlig aus. Jawoll, Alter. Und Unlucky, ich schwöre dir. Nein, und dann fall ich runter. Ich bin hier auch gerade, aber ich hab sowieso Unlucky, damit kannst du nicht mal einen Blumentopf gewinnen, meine Damen und Herren. Nein, so, jetzt aber. Es ist einfach. Oh, verhext. Ich schwöre dir. Nein, Jesus hasst mich. Okay, Jesus hasst, Jesus hasst mich. So, jetzt aber, komm. Jawoll, Kauabunga, Alter. Ich bin Connor, oh, der Typ ist einfach schon doppelt so weit wie ich, das ist nicht gut. Zack, 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 zack. So, jetzt mal schnell hier zu. Ich weiß gar nicht, wie ich heiße, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so... Was ist denn das für ein Blumentopf? Ach, no, Alter, was ist denn los mit mir? Ernsthaft jetzt, das ist doch... Das ist doch nicht mehr lustig. Oh, ich hab Lucky. So. Du hast aber tatsächlich recht, das mit Lucky ist manchmal gar nicht so einfach. Oh, hätte ich natürlich springen müssen. Lucky ist in manchen Situationen ganz lustig, aber nicht in... Oh, nein. Ich bin jetzt einfach, weil ich Lucky hatte, gegen einen anderen Block, der da drüber war, gefallen, geflogen. Das ist natürlich... Ach, komm. Schon ein bisschen... Was? Ein bisschen peinlich, Smurf. Ich bin da auch ein peinlicher Typ. Nice. Ich bin nämlich auch pein... Peinlich, oh. Was? Was? Und ich auch bei Pineapple Express... Du bist manchmal ein... Witze-König. Leute, Alter. Ich würde ab heute nur noch so lachen. Dankeschön. Mach ich. Mach ich. Mach ich. Oh, mir ist ein bisschen schwindelig. Ja, ich wollte gerade sagen. Oh, ich habe Boots. Iron Boots. Oh Gott, was ist das denn? Das ist neu. Neuer Jump'n'Run-Part. Wirklich? Mit so orangen Blöcken, jaja. Nein, ich bin runtergefallen, aber ich möchte ihn auch sehen. Hab ich noch nie gesehen. Aber ich bin noch viel zu weit hinten. Oh nein. Bitte sehr. Weil ich nicht so gut bin in Jump'n'Runen. Aber das ist bei 200. Du bist doch bestimmt direkt hinter mir, ja? Du bist doch bestimmt dann, dann, die Lilion, dann, die Lilion. Ne, ich bin, ich bin glaub... Ja, dann, 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 die Lilion. Aber ich habe hier wieder... Es sind einfach alle Sachen, die ich bei diesen... Oh. Bei... Oh Gott. Bei, 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 bei. Jump'n'Run, ich mag die. Oh Gott. Komm hier. Jawohl, jetzt komm. Besonders die... Das ist einfach super einfach. Aber... Das sind halt so kleine... Oh, Vater. Ja, ich glaube, ich bin jetzt auch da. Bei diesem spektakulären neuen Part, der einfach nur aus diesen einen Blöcken besteht. Ja, aber, aber die sind so ganz blöd gesetzt, weißt du? Okay. Oh nein, ach, jetzt... Boah, ich habe eine Eisenachst. Jawohl. Endlich mal was Gutes. Aber ich bräuchte noch so eine Brustplatte. Meine Brust. Gib mir die Brust. Was? Zack. Hä? 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 Was ist los bei dir, Ding? Gib mir die Brust, Alter. Gib mir die Brust, Alter. Oh Gott. Hier, der eine Typ scheint sich aufgegangen zu haben. Das ist gut, das ist nice. Das ist gut für uns. Ist er, ist er weit vorne? Äh, 20, 40 Blöcke vor mir. Das ist gut. Also, der war auf jeden Fall mal über 100 weg. Oder über das Doppelte von mir. Oh, jetzt, jetzt, wie wiesel, aufwolljagd. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs. Nein, ach ja, gut. Man sollte vielleicht... Oh, jetzt habe ich einen Ironhelm. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich habe ein Problem. Ich bin hier in so Spinnenweben. Ja, ich springe hier einfach runter. Kann ich noch... Ah, ich muss hier runterspringen. Ey, komm. Oder? Weiß ich nicht. Oh, elegant gelöst. Wie ein junger Hüpfer. Oh no, Alter. Dingssprünge. Jetzt weiß ich auch, warum der so nah dran war. Jetzt zieht er wieder davon. Öpah, öpah, öpah. Glassprünge. Schrecklich. Oh, verdammt. Das hätte ich nicht verkacken sollen. So, zack, zack, zack. Nein. Ich habe das doch beim ersten Mal auch gut gemacht. So, jetzt hier runter und jump. So, danach kommt halt ein Part, der super easy ist. So, okay, nice. Kann ich wieder ein bisschen aufholen. Er ist auf jeden Fall gut underway, ey. Er macht keine Fehler mehr. Das ist das Problem, weißt du? Das ist blöd. Ich hänge ihm am Hintern. Aber he doesn't make mistakes. Das ist the problem. Yes, okay. Warte mal. Beim Eis bist du schon längst vorbei, ne? Ja. Verdammt. So, zack. Der ist aber jetzt auch da. Der ist jetzt da, der müsste jetzt da sein. Ja, da ist er. Ah, verdammt. Muss ich mal, wie, wie, wie Sekunden habe ich jetzt noch Zeit? Äh, sechs. Es steht rechts über der Tabelle, steht die zweite. Warte, warte, ich muss auch noch. Nein, ah, verdammt, okay. Letzte Kiste Diages bekommen. Was? Ja. Toll, ich hab ja echt nur, nur Crap hier drin. Crap. So, okay, all's easy. Schau mal mal. Okay. Oh, ich hätte so lange keine Diages mehr. Okay. Das ist, das ist nur. Folks, alle, danke. Puff, okay. Ähm, du warst wer? Dandelion, ne? Schreib mal einen Punkt. Oder nicht? Okay. Wir sind im Zeit of the Jahrhundert. Nee, du bist gerade da vorbeigelaufen. Ich wollte nicht mit dir. Okay. Ich hatte keine Lust, mit dir zu kämpfen. Ich war da oben auf so einem Dach. Ich musste leise sein. Ich durfte mir nicht verraten. Auf so einem Dach also. Oh, da, oh, da hat ein Di... Ich schwör dir. Hat er dir schwert? Dich zerstör ich von der Side of Life. Da hat jemand ein Di... Oh Gott, no, Alter. Alter, was hat der denn für eine Quip? Hilfe! Connor, hilf mir, ich stöte dich. Ich hab alles irgendwas gemacht. Ich hab irgendwas gemacht. Hast du alles zerstört? Nee, nee, nee. Ich bin tot. Ich war auf... Du warst aber auch da. Und dann tatsächlich so... Boah, der hat eine tödliche Range auch noch. Sie hat einfach alles geknödelt. Oh, no. Der hat mich zweimal direkt. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Nein, der reckt aber komplett wahrscheinlich. Ja, jetzt reckt er gerade. Muss er aufpassen, ja. Warte mal, den einen kriege ich aber. Kommt der eine so mal. Oh Gott. Komm, dich zerstör ich, Alter. Bam! So muss das gemacht werden. Das ist natürlich nicht gut. 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 Oh, 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 oh. Hi Connor. Peace! Peace! Alles gut, alles gut, alles gut. Genau, geh deiner Wege. Das ist kein Team, Leute. Das ist einfach nur... Nee. Wir wissen einfach, dass wir uns gegenseitig... Ich werde jetzt sterben, wenn ich gegen so einen Typ reingehe, Alter. Das ist natürlich nicht so nett. Ich weiß noch nicht, was... Du hast gerade im Hintergrund gehört. Was war das? Riebis Gericht Escalated. Alter. Ich bin, ich bin, ich bin da und ich bin da. Echt? Nein, Smurf! Connor! Also ich habe ein Herz noch. One-Hit-Yard. Connor! Viel zu krass, Alter, wie er einen wegkommen wurde. Ich zerstöre dich jetzt, Alter. Viel zu krass. Oh Gott, der hat mich mit drei Schlägen einfach weggeblatzt. Das ist echt übel. Das ist das Einzige, was mich wirklich an dem Spielmodus nervt. Mhm. Also, aber es war auch der, der gewonnen hat, oder? Mhm. War er, nicht? Oder war es der? Wie, was? Hä, was? Nee, nee, nee. Obwohl, weiß ich gar nicht. Guck mal kurz nach. Ich wusste gerade gar nicht, was du meinst. Achso, guck mal. Der hat gewonnen. Ja, okay, dann ist es natürlich okay. Er hat gewonnen und dann sollte er auch die besten Items haben. Aber das ist einfach... Nee, nee, so ist es tatsächlich nicht. Oh, ja toll. Jetzt hast du ein Diaschwert. Fucking hell, Alter. Ja, toll, du mit deiner blöden Angel. Ich schwöre dir. Ja, was haben wir denn da gemacht? Das ist so möglich. Das ist so möglich. Ja, das ist so möglich. Ja, das nervt mich einfach immer bei dem Ding. Weil, was soll ich denn machen, Alter? Du hast unter anderem eine Lederrüstung an. Du hast unter anderem eine Lederrüstung an. Da mit dem Diaschwert drauf sind drei Schläge. Das ist echt übel. War schon traurig. Ich schreibe trotzdem GG. Ja, GG auf jeden Fall. Nee, eigentlich hätte ich bei dem nicht GG geschrieben. Weil ich fand, es war kein good game. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Also diese letzten Fights gegen ihn, das war... Das war gefliegt. Ja, das ist dann immer so ein geheucheltes GG. Ja, aber Karma. Karma ist immer gut. Karma, take the Karma. Nee, es müsste so einen anderen Begriff geben. Irgendwie für... Ja, keine Ahnung. Irgendwas wie nicht GG, weil... Nicht GG. Nein, 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 nein. Aber war in Ordnung. Ist okay, ist okay, Digga. War IO. War in Ordnung. War in Ordnung. Das führe ich jetzt ein. War in Ordnung. Weißt du? In diesem Sinne. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Schade, dass wir am Ende nicht wirklich knödeln konnten. Aber dafür hatten wir leider nicht mehr genügend. Dementsprechend, ja, ist das Ganze ein bisschen in die Hose gegangen. Leute, schaut auch auf jeden Fall bei Smurf vorbei. Der hat auch, zugänglicherweise macht dieser Typ auch YouTube. Keine Ahnung warum. Aber, nein, also Smurf und vor allem Bergsmut sind ja schon Leute, weißt du, wir kennen uns schon seitdem Smurf laufen kann. Seit zwei Wochen. Seit zwei Wochen und schaut auf jeden Fall gerne vorbei. In diesem Sinne, haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.